Das ist wieder typisch, das Dessert kommt zuerst, natürlich. So, heute große Billrock-Party, aber erst mal Mittagessen im Foodloop waren wir schon lang nicht mehr. War immer so voll. So, Steffi ist schon bei mir, die sucht sich gerade noch ihr Mittagessen aus. Tobi ist da, der hat schon ausgesucht, finde ich auch. Ja, aber das Dessert kam natürlich wie immer mal wieder vor dem Hauptgang. So, Wildwasserbahn mal wieder bei 30, 35 Grad. Steffi jodelt uns jetzt gleich was vor. Nicht? Doch. Thomas mag beim Schuss auf die Torwand. Ja, herrlich. So, hier ist es. Ja, herrlich. Ja! So, stell dich mal ein bisschen nach vorne. Ausstrahlung. Also sehr, sehr kraft in der Wagen. So einen leckeren Nachmittagseisschokolade im Schloss Balthasar. Unseren Gutschein losgeworden. Sieht sehr lecker aus mit einer Kugel Vanilleeis obendran. Gero genießt eine Möwenpick-Banane-Karamell mit Johannisbeeren und Sahne und einem Minzblatt. Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie Ihren einmaligen Preispurteil. Heute nur für 5,99 Euro. Rufen Sie jetzt an. Nur noch 20 Stück auf Lager. Genau. Steffi hat auch die Eisschokolade und Tobias hat das Ganze in Form von Eiskaffee. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik So, Park ist geschlossen, wir sind jetzt hier beim One-Year-Bellrock-Party, allerdings noch im Kolosseo, weil auch hier lecker Essensstände aufgebaut wurden und Tische und nachher gibt es hier noch Live-Musik und es herrscht bundes Treiben. Das ist das Bellrock, das weißt du, ne? Ich weiß, dass das nicht das Bellrock ist da. Das ist das erste Wasserrestaurant der Welt. Das Auto ist Hammer, oder? Und Action! So, Kamera läuft rein, haben wir ein Bellrock-Fest. Das Bellrock-Fest, das einjährige Jubiläum von unserem Lieblingshotel und unserer EP-Fans Stammbar hier haben. Hinter mir Live-Band und Cocktail-Bar da drüben gibt es einen Grill mit Barbecue-Sparrits, einen Krebs-Stand. Im Pool-Bereich gibt es einen Oklahoma-Grill, da werde ich gleich mal gucken, was da Leckeres gibt. Ja, und wir lassen es uns hier jetzt einfach gut gehen. So, neu dazugestoßen zur Bellrock-Party, Kate. Ja, die Kate ist wieder. Mit Freista, Konstantin Willer. Was? Nochmal. Sag Hallo. Hallo. Und der Rikki, ist auch noch dabei. Ja. So, ein Jahr Bellrock. Ein paar besondere Glückwünsche an das Hotel und die ganze Belegschaft hier? Ja, natürlich, dass das Personal, vor allem der Christoph und die Claudi immer so bleiben, wie sie sind. Und der Herr Börner. Und natürlich der Herr Börner. Und jetzt kommt die Bedienung endlich nach einer halben Stunde. Ja, jetzt können wir bestellen. So, wir gehen jetzt Essen holen am Krebs-Stand vorbei. Wir folgen diesen Teil. Poolbar und Oklaroma-Grill. So, wir sind jetzt hier im Poolbereich. Jetzt hier eine Poolbar. Ja, ich weiß nicht, habt ihr heute auch schon gesehen. Thomas, der hat heute Mittag mit meinem Torwandschießen gefilmt. Das kommt auch ins Video-Tagebuch. Da gibt's Flammlachs und weiße Wurst. Und hier gibt's einen Spare-Rip-Grill mit Ofenkartoffeln und Spare-Rips. Zusätzlich. So, und zur Feier des Tages. Bratwurst mit Kartoffelsalat und Flammlachs. Und Kate gönnt sich eine Zigarre. Nicht essen. Nicht penetrieren heißt das. Hier auch schöne Getränkebar. So geil beleuchtet. So, eins, zwei, drei. Happy Birthday, Bell Rock. Happy Birthday, Bell Rock. Happy Birthday, Bell Rock. Happy Birthday, Bell Rock.